Doch ein Leben, das meiner Erfindung geopfert wurde. Wenn die Geschichte das alles doch nur totgeschwiegen hätte. Ja, du machst keine Scherze, dumme Frau. Ich wusste immer, dass der Amboss sie umbringen würde. Aber wenigstens ist es nun zu Ende. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Der Amboss wartet darauf, dass ihr ihn zerschmettert. Ja, wunderbare Idee. Zerstört ihn ruhig nach allem, was war. Kann ich euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Als letzte Tat, bevor ich von meiner Bürger befreit werde? Für eure Hilfe werde ich ein letztes Mal zum Hammer greifen und euch eine Krone schmieden, die ihr dem König eurer Wahl übergeben könnt. Die Tür wird gebraucht. Hier, es ist vollbracht. Gebt sie, wem ihr wollt. Ich will ihren Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Ich habe meine Zeit längst überlebt. Hier ist kein Platz mehr für mich. Das würde mich sehr freuen, Mensch. Euch gebührt mein ewiger Dank, Fremder. Betrachtet ein Altunscher. Möget ihr in der Dunkelheit stets euren Weg finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017